Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5949 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bald fliege ich nach Afrika. Deshalb habe ich mich impfen lassen. Bald fliege ich nach Afrika. Deshalb habe ich mich impfen lassen. Wenn ich so lange am Bildschirm arbeite, ermüden meine Augen. Wenn ich so lange am Bildschirm arbeite, ermüden meine Augen. Notärztinnen und Notärzte müssen über ein hohes Maß an medizinischer Kompetenz und Erfahrung verfügen. Notärztinnen und Notärzte müssen über ein hohes Maß an medizinischer Kompetenz und Erfahrung verfügen. Du hast es endlich geschafft. Ich gratuliere dir. Du hast es endlich geschafft. Ich gratuliere dir. Du hast es endlich geschafft. Ich gratuliere dir. Modescouts sind oft sehr gut vernetzt und haben Kontakte zu Menschen in der Modebranche weltweit. Modescouts sind oft sehr gut vernetzt und haben Kontakte zu Menschen in der Modebranche weltweit. Modescouts sind oft sehr gut vernetzt und haben Kontakte zu Menschen in der Modebranche weltweit. Wir demonstrieren für Frieden und gegen Rassismus. Wir demonstrieren für Frieden und gegen Rassismus. Wir demonstrieren für Frieden und gegen Rassismus. Ich nehme mich bedingungslos an. Ich nehme mich bedingungslos an. Ich nehme mich bedingungslos an. Die Balletttänzerin bandagiert ihre Füße. Oft kommt es dort zu Verletzungen. Die Balletttänzerin bandagiert ihre Füße. Oft kommt es dort zu Verletzungen. Die Balletttänzerin bandagiert ihre Füße. Oft kommt es dort zu Verletzungen. Diese Arbeit langweilt mich. Warum bekomme ich keine interessanteren Aufgaben? Diese Arbeit langweilt mich. Warum bekomme ich keine interessanteren Aufgaben? Diese Arbeit langweilt mich. Warum bekomme ich keine interessanteren Aufgaben? Der Schwangerschaftstest ist positiv. Das beunruhigt mich sehr. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Das beunruhigt mich sehr. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Das beunruhigt mich sehr. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Negoti challengeden Registungen. Du hast es gerade schlägt. Hier поставm langweilt mich ganz grave. Ihr könnt es dann die Reisearbein. Vielen Dank.